Hallo Leute, hier wieder aus Berlin. Tag 3 dreht. Und was ist alles so passiert? Gestern war ein relaxter Tag gewesen. Ich habe keinen Sport gemacht, das war einfach ein Entspannungstag. Die Entspannung habe ich damit abgeschlossen, mein Kind zu besuchen. Und ja, es war wirklich ein wunderschöner Tag, ein richtiger Urlaubstag. Heute werde ich mein Biersohnwert nochmal überprüfen lassen und schauen, ob sich das irgendwie positiv ausgewirkt hat. Das ganze relaxen. Mal sehen, wie der Wert heute ist. Ja, ich habe heute ein Päckchen bekommen mit Cashewmus und Mandelnuss. Hatte ich bestellt gehabt. Also nichts spricht gegen die Rezepte von Attila. Ich freue mich, das alles aufzubrauchen. Ja, Mandelnussgerichte alle her. Okay, was gibt es noch? Ja genau, was mache ich heute? Also heute als Sportprogramm ist angesagt, Yoga. Und danach im Fitnessgruppe halt Kraftsport wieder und das Lauftraining. Und ich versuche mal heute das Lauftraining etwas zu erweitern. Mehr als 30 Minuten und halt mit Hit-Kombination. Ja, das wärs eigentlich. Morgen werde ich über den Biersohnwert berichten, hier ausgefahren ist. Und vielleicht auch eine kleine Yogaübung an euch zeigen. Also, bis morgen. Ich freue mich auf euch. Tschüss aus Berlin. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.